Sie sind hier, 3. September 2018, 17.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Max Grün M. spielte zuletzt bei den Wölfen Urheberrecht Getty Images Darmstadt 98 verpflichtet einen Ersatz-Torhüter für Rubensattelmeier, der sich verletzt hat. Es ist Max Grün, zuletzt beim VfL Wolfsburg aktiv. Darmstadt 98 hat auf die Verletzung von Ersatz-Torwart Rubensattelmeier reagiert und Schlussmann Max Grün verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Grün spielte zuletzt für den VfL Wolfsburg, sein Vertrag war im Sommer aber nicht mehr verlängert worden. Sattelmeier hatte sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, in Daniel Heuer-Fernandes und Florian Stritzel standen Darmstadt somit nur noch zwei etatmäßige Keeper zur Verfügung. Von Sportinformationsdienst Sattelmeier 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 Untertitelung des ZDF, 2020